klar lacht ich da wieder rein halt wenn er da seine arschbombe macht zwar mit hilfe aber scheißegal alter hauptsache ich bin denn jetzt los alter schweißerscore ja nice alter ein dicker mach mich nicht eifersüchtig und neidisch danke fürs die ich glaube ich habe nicht mal zeit zum kommen bei dem blitz affe ja war es nun hat perfekt auf dem hart nur die scheiße der kann man nicht hin kommen aber ich weiß wie man den perfekt passieren kann muss ich wieder eins einsetzen ja klar ich mache jetzt weil ich kriege ihn nicht ihr habt es wieder gesehen das spiel bescheißt mich ja so was von wichtig hat auch schon wieder nicht gesessen und dort kleiner hundesohn mann der gewinnt doch nur wegen diesem scheiß reichweite moves alter rotz gegner ich hasse ihn alter ein hass gegner ach ich will weiter kommen dass mir zu blöd wie du hast heute schon zwei neue games was los bei dir ich probiere es jetzt mal damit ich bin ich bin es 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 Das war's. Der kleine Wichser, Alter, hat's komplett auf mich abgesehen. Der kleine Wichser, Alter. Der kleine Wichser, hat's komplett auf mich abgesehen. 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 Eine Pfeife haben wir bekommen, oder was? Ja. Okay. Reiseführer. Okay. 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 Oh Why is this not close come on I don't see what's up Now I'm going to go 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 können wir jetzt mit gipetti reden mit gipetti das ist sehr gefährlich die Angst hat ihn verbreitet hat ihn verbreitet Sie und Gipetto sind immer willkommen bei diesem Hotel Gipetto ist auf dem zweiten Flüten Ihr könntest du bei der Zeit wenn du sie mögen jetzt kommen wir zu petty alles klar gehen wir mal zu petty ok geil jetzt gibt's upgrade also gehe ich mal von aus siehst du ganz schön puster jebel ach was oh ah you've returned to give a sentimental father from worrying about his son always remember that you're precious to me even when i asked you to do something dangerous speaking of which there's a factory just beyond the Elysian Boulevard. It's packed with countless Puppets. My friend, the inventor Vanini went to stop him, but never came back. Please go save him and shut down the factory. Moin, herzlich willkommen im Stream. Unser Herz. Also gut, das Pirogan soll unser Herz darstellen. Pirogan is the last safe place in Crab. It's our only refuge in a city full of perils. It'll be extremely dangerous if anyone has ill intentions. Be careful who you tell about this place, especially if they're stalkers or alchemists. Be wary of dangerous people. And always be a good boy to me. Ach was. Skillbaum, juhu. So man, hier, ach was. Warte, das wollte ich doch gar nicht. Och man. Kann ich nicht mehr ändern, ne? Lückte. Lückte. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach nein, ich hätte das nehmen können. Ach, jetzt habe ich scheiße gebaut. Oder kriege ich das jetzt nochmal entfernt? Nehmeh. 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 So, dann haben wir das. Ob es natürlich jetzt richtig war, was ich gemacht habe, keine Ahnung. Oh. 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 K… Ja gut. Von dem bis weit jetzt alles gibt's noch was irgendwie zum Mitnehmen, nö,ата. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.